hallo und herzlich willkommen liebe freunde zu ufc 2 es ist ein geiles geiles game und ich freue mich gegen meinen gegner den harten außen knocker und zu kämpfen und jetzt werde ich ihn wieder blutig schlagen hat mich schon eingeladen und grüße dich genau und ist immer noch angezockt weggezockt angezockt weggesprengt weggeprügelt möchte gerne ein schwergewicht schwergewicht er möchte gerne schwergewicht haben ja fettes stück richtig geile schwere monster will ich haben wir mal was die hier so anzubieten haben irgendwie schon kommen wir bitte nicht wieder mit dem mit dem bigfoot da der ist echt zu krass der typ ich kenne die ja alle nicht das ist das problem ich kann nicht komplett überhaupt nicht ich nehme einfach john jones der sieht irgendwie cool aus das gefühl ich nehme wieder eine schwarze buchse aus wie mr team an und ja auf jeden fall werden wir dann irgendwie die kapitel durchzocken oder was dass ich dann den brusseli bekommen oder man kauft sich einfach kann man sich ja überlegen aber so ein brusseli ist bestimmt witzig er ist bestimmt voll schnell der sieht auch der kommt mir sehr bekannt vor der hat bestimmt auch mal einen film mitgespielt ich glaube sogar dass der bei der sitat der andere den du gerade hattest der russe der hat glaube ich bei universal soldier mitgespielt bei dem neuesten teil wo der scott atkins dabei war ich kann mich nicht ich kann aber der sieht auch übel aus ich nehme einfach ich nehme dicken da ohne muskeln warum denn so ein butterbien ist das dann der haut bestimmt auch voll übel den habe ich du viel ach hier noch mal kurz hoch bitte noch ein der macht im film mit bei so feit das zwei tatsächlich der typ der ist der ist richtig groß die katze nehmen der ist fast ein meter 95 oder so der müsste vor der gotzilla sein nimm den mal der ist gut was soll ich denn denn dann nimmst du ja der hat dabei universal also der kommt mir voll bekannt vor kann ja mal den ausschnitt posten vielleicht ist ja das also das gibt's nicht mehr na gut kämpfen wir auf ein hartes gemetzel und jetzt schwergewicht zwei schläge sind bewusstlos was wiegen die so 120 kilo weiß gar nicht oder ab 90 ob ich so irgendwie sowas mit den kilos werden die schon wiegene kommen wir mal gleich mal hören kurz jetzt steht in der ufc ein schwergewichtskampf oder schwerer oder werfen wir einen blick auf die profile der beiden zwei meter 93 109 und ich krieg dazu mehr reichweite ich habe wieder so gorilla arme wir wollen töten schmerzen zufügen sind für die riesen ja das ist der aus dem film hundertprozentig okay dann schauen wir mal okay wow so eine kombo starker inside leckkick mhm 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 피ak mhm MW in bo acne Boah, der Kick landet genau am Kopf. Boah, mega übel. Boah, alter, voll kluselmäßig. So ein Elbow, so ein Uppercand. Schöner Kick zum Körper. Boah, stark gemacht, schöner Kick zum Kopf. War ein ganz starker Kick. Alter. Oh, was für großartige Kicks. Was für ein Kick zum Kopf. Hier will keiner zurückstecken. Oh, der Haken sitzt. Starker Kniestoß zum Kopf. Starker Punch. Oh, schön. Perfekter Kick zum Kopf. Volle Kicks jetzt. Aha. Boah. 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 Oh, 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 das Knie hat wehgetan. Oh, ich hab keine Power mehr deswegen. Boah, schön. Boah. 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 Ah, was für ein Kick zum Kopf. Boah. Mhm. Boah, nochmal. Boah. Meine Fresse. Da klatscht förmlich das Gesicht. Boah, schön. Schön. Durch die Deckung durch. Mhm. Der Chap kommt an. Ja. Oh, was war das? Er ist benommen. Du bist benommen und meiner fällt um. Ja, meiner heißt halt... Ja, der harten Sitz. Heftiger Kick zum Kopf, den hat er gespürt. Meiner hat halt diese langen Gorilla-Arme. Uuh. Ey, geil. Guck mal. Schöner Kopftreffer mit dem Elbogen. Ich hab's gesehen. Und gespürt. Schöner Elbogen-Schlag. Boah. Ja, Mann, das ist nur ein Teil-Typ. Merkst du sofort. Super-Man-Punch. Super-Man-Punch. Ja, war klar. Starker Versuch mit dem Kick. Normalerweise müssen ja... Boah, schön. Ich hab gedacht, das ist zu mir. Und dann bin ich voll ausgewichen. Ja. Alter, warum? Wie triffst du immer? Ja. Ja. Den hat er gespürt. Da bin ich mir ganz sicher. Boah, schön ausgewichen. Und erwischt. Ja. Nur noch 20 Sekunden in dieser Runde. Ja. 15 Sekunden bis zum Ende der Runde. Ja, guter Elbogen. Boah, das war ein satter Elbogen. Oh, der Elbogen zeigt Böckum. Boah, geile Runde. Wollen wir mal gucken kurz? War das schon weggedrückt? Oder war ich das? Auch nichts gedrückt. Ah, war echt das. Einmal das Gesicht, ne? Boah, geile... Boah. Alter. Ah, jetzt, pass auf, guck dir das an. Boah. Die Haare haben sie geil gemacht. Das sollten sie mal bei WWE machen. Echt. Oder was ich auch geil fand, war der, wo ich es genau von der Seite so mich gedreht hab und dich erwischt hab. Den fand ich auch geil. Weißt du, ob die den noch zeigen. Der war gut, ja. Aber den meinte ich gar nicht. Meinte diesen von der Seite wegdrehen, weißt du? In dieser Runde stand der Kampf. Oh, das war raus. Komm, boah. Ja, das ist anstrengend. Die zweite Runde beginnt. Ja, den, der ist richtig cool. Oh. Ich treffe da nix. Oh, da hat er Glück, dass der Kick daneben geht. Ja. Ja. Ein starker Herkick, wirklich gut gemacht. Ey, kannst du ja auch. Auch der Kick zum Bein. Oh, ein Kick mit aller Gewalt, aber knapp daneben. Boah. Oh, ein heftiger Kniestoß zum Kopf. Ja. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Kick zum Kopf. Coolte Technik. Oh. Oh, schöne Kombo. Oh, okay. Oh, voll auf den Körper. Was für ein Kick. Oh, schöner Elbobeschlag zum Kopf. Schöne Rechte. Oh, kacke. Hm, der war echt übel. Kann ich nix zu sagen, außer, dass der übel war. Ja. Ja, das verwirrt natürlich auch, wenn man die Stellung dreht, ne? Boah, Doppeldreher, geil. Und, ja. Oh, schön. Geiles Stück. Oh, kacke. Ich hab was anderes versucht, aber... Das war nicht so gut. Ja. Mann, warum kommen die bei dir immer so scheiße durch? Das gibt's doch gar nicht. Boah. Boah, der Kick tut weh. Das aartet in eine Wehde-Kugelai aus. Das haben wir es gegenseitig angelummelt. Ja, schöner Kick zum Ball. Tolle Kicks jetzt. Ich komm damit zu schnell zum Blocken hin. Hm, ich glaubte das. Ja, ah, schön. Aber nicht so wie ich wollte. Ja. 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 Ach, kacke. Komm hoch. Ich versteh's nicht. Wieso? Geil. Okay, ich versteh's nicht mal ganz kurz. Wieder auf die richtige Seite. Ja, schön, aber leider daneben. Schöner Inside-Lag-Kick. Ein Kick zum Pop muss er besser vorbereiten. Normalerweise, ich stütze voll die Füße weggezogen. Ja, normalerweise schon. Boah. 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 Oh, Mann. Man sieht auf jeden Fall, dass das wieder hier... ...Schwergewichtler sind, ey. Was die alles einstecken und trotzdem weitermachen. Man, echt krass. Boah, schön. Oh, nochmal. Boah, er wird benommen. Du machst aber auch jedes Mal das genau... Oh. Du machst aber auch jedes Mal das genau da, wo es hin muss. Ja, das liegt aber auch daran, dass ich das alles selber mal gemacht habe. Zwar nicht so gut, aber ich war dran. Und ein bisschen Glück. Aua. Und ich nutze die Reichweite. Ich habe ja wirklich lange Lullatschbeine. Oh, so. Ey, jedes Mal kriege ich die Schuhe oder so was ab. Ja, nochmal. Und jetzt wieder zurück. Genau, so habe ich es mir vorgestellt. Und... Das war's. Oh. Oh. Aber guck dir diesen Klatscher an. Kalusch. Oh, wunderschön. Wunderschön. Jetzt, jetzt. Alter Schwede. Also ich sage euch eins. Wenn ihr so einen Tritt abkriegt und ihr habt die Deckung nicht oben. Das sind wirklich... Ja, ja, der war ein Durst. Schmerzen. Also... Der Profi? Ne, das nicht. Aber ich sage, das tut weh. Geil. Ja, schön. Noch ein Kampf. Einen kriegen wir noch ein. Du darfst ja auch so um welche Klasse, welches Gewicht und Größe und... Okay. Mhm. Oh, schönes Match. Ah, der war Muratai. Der Typ, das hat mir schon echt gefallen. Muss ich sagen. Mit diesen... Auch mit diesen... Drück zur Seite drehen. Echt geil. Das kriegt aber auch nichts mehr hin. Das ist das Problem. Ach, das macht nichts. Doch. Ne, doch. Aber du musst schon... Ich muss schon echt sagen, dass der Typ schon echt viel ausgehalten hat. Also ihr habt ja gesehen, so oft wie die Treffer durchgegangen sind. Egal bei wem. Und die stehen einfach... Frau willst du machen? Mhm. Frau. Ich finde die Ronde eigentlich voll geil, aber ihr habt ja vorhin gesehen, dass ich mit der... Die ist nicht dabei. Ach so, ein anderes Gewicht. Mhm. Okay. Ja. Ja, du auch. Ich stimmte auf die Werte. Strohgewicht, oder? Nein, nicht unbedingt. Weil... Oben ist auch ganz geil. Ich nehme... Aber du hast 86, 93. Das wäre schon echt übertrieben. Unterschied. Nimm die hier. Gardella ist auch was passiert. Ach, Nikla, die werde ich wieder übel. Na, es geht. Naja, gut. Schaffst du schon. Ich nehme eine schwarze Hose, damit das nicht alles so einheitlich ist. Ja, halte ich jetzt nach Werten orientieren. Das habe ich jetzt mitgekriegt. 91, ja. Nö. Ich habe 86. Die sieht brutal aus. Naja, gut. Ich sehe eine Killerin aus. Das werde ich wohl nicht schaffen. Schon alleine von der Erde. Weiß ich nicht. Vorhin, äh... Weiß ich gar nicht, wer höher war. Ich habe gar nicht... Weiß ich nicht auswählen. Ja, die sehen beide gleich aus. Sind Zwillinge. Ich muss sagen, dass die Frauen alle kaputte Ohren haben. Das sind Ringo-Ohren, das ist doch normal. Das sind Kartoffeln-Ohren. Wie nennt sich das? Ich weiß. Du bist größer, also was willst du denn? Wow. 5 cm, macht viel aus. Ich bin jünger. Du bist größer. Deiner ist größer. Herrlich. Ja gut. Mädel. Gehen wir mal in den Stroh-Zirkus hier. Ja, der Inside-Black-Kick kommt an. Wow. Starke Kicks. Ah. Schon mal Beinchen gestellt. Und noch ein Klasse-Kick. Und da war der Kick zum Ball. Das war ein Wirkungstreffer. Ganz starker Kick zum Kopf. Na, ich bin schon benommen. Guck mal, mein Kopf. Ah, die hat auch so einen Knie-Pressure. Auch wieder so ein halber Muerteil-Fight-Kick hier. Gut mit dem Buse-Treffer. Boah. Starker Kick zum Kopf. Sie ist angeschlagen. Hallo, Mädel. Guck mal wieder zurück hier. Oh, sie ist angeschlagen. Guck mal wieder klar auf deinen Meter hier. Oh, was für ein Haken. Ja, ja, sie bringt eine Kombination. Boah. Meine hat ja kaum noch Ausdauer. Meine. Hm? Oh. Ja. Meine heißt das. Ja. Komm, mach nen Angriff jetzt hier, Mädel. Ja, ja. Oh, ist das schön. Wenn ich dir die Beinchen stelle. Okay. Und wieder kämpft sie sich auf die Beine. Schöne Kicks. Ja, ja. Sie kämpfen mit offenem Visier. Boah. Oh, oh, oh. Das Knie hat mir getan. Hier will keiner zurückstecken. Boah, jetzt haben wir uns gegenseitig getlatscht. Schön. Boah. Ein klarer Wirkungstrauffer. Starker. Er war gut, ja. Oh, das strikt jetzt. Oh, schöne Knie. Ah, die hat nen guten Kick. Die alte. Ja, zeigt sie gute Kicks. Ah, K.H. Boah. Oh, oh, oh. Mädel, Mädel. Ich muss erst kurz zurück, bis mein Kopf wieder fit ist. Ah, die hat diesen, fast diesen Rauskick. Der ist, der ist echt tödlich. Oh. Oh, mein Gott. Da hinten ist dein Kick, da verlierst du schnell die. Komm. Ah, schön. Oh, so. Oh, der Treffer zeigt Wirkung. Gefährlich, aber gut. Hm? Oh, ja. Was für ein Kick. Gute Kombination. Sehr gut. Och, jedes Mal so ein Stück. Oh, da bist du auch gut rausgekommen. Oh, jetzt hast du auch auf den Kopf. Oh. 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 Oh, die rastet aus. Boah. Hm, meine ist wieder total müde. Ich hab, das Problem ist, dass meine... Was denn? Nur redet um ein Satzschelndemann. Ja, das... Wahnsinn. Dass die, äh... Dass deine, die macht halt diesen Nahkampf, äh... Tritt. Und nach vorne raus. Und wenn ich... Da tritt ich immer rein. Und deswegen kann ich fast gar nicht schlagen. Kicks sofort eine verdröhnte. Ja. Komm jetzt. Komm jetzt. Mach jetzt, mach jetzt, Mädel. Mach was. Ach, scheiße. Und wieder kommt sie auf die Beine. Eftiger Kniestoss zum Kopf. Ja. Schöne, schöne Kombination. Boah. 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 Oh, oh. Da hat sie Glück, dass der Kick daneben geht. Ja. Gutes Timing hier. Ja, ist nicht so. Einfach hier. Mit dem guten Onkel. Jetzt muss ich mal auf Schlagen gehen. Zack, zack, zack. Ja, ist gut. Ja, sie sagt ja. Ja. Boah, meine ist schon wieder voll müde, ey. Schlaf dich aus, Mädel. Boah, erste Runde, oder? Ja, klar, erste Runde. Schön. Oh, der war böse. Oh, hab ich Glück. Das war meine Rettung. Ich war am Wackeln. Boah, guck mal der Gesicht an. Ja, die Mädels sind aber gut drauf. Leck mich am Arsch. Watz. Da, den tritt, meine ich. Der ist voll geil. Den einfach gerade raus, ey. Er tut richtig weh. Schön. Da, den. Bam. Das ist meistens, also, wenn du so einen abkriegst. Boah. Wird ja dein ganzes Wirbel so nach hinten gedrückt, ey. Boah, der tut auch weh, ey. Nicht schlecht, Herr Späch. Sehr schön, ja. War eine gute... Boah, die hat aber Muskel, ey. Krass. Rebock. Okay. Okay, Captain. The last one. Vielleicht ist jetzt hier schon zu Ende. Ich will auch bluten, also, dass du blutest. Jetzt geht es darum, die Kontrolle über den Clinch zu erlangen. Starker Knie, Stoß zum Bein. Ja, der Haken, toller Kopftreffer. Inside Leg Kick, gut gemacht. Schöner Haken. Starker Kick zum Kopf. Oh, ihre Prellung am Oberschenkel wird schlimmer. Da wird sie morgen kaum laufen können. Über abgewehrt, ja. Wundervoll. Ja, was für ein schöner Leg Kick. Starker Haken zum Körper. Meine ist schon wieder voll müde. Ja, oah. Starker Knie Stoß, der hat wehgetan. Oh, der Kick landet den Top. Ich bin benebelt. Oh, oh. Jetzt artet es in eine wilde Prügelei aus. Erstklassige Kicks hier. Oh, schön. Sehr schön, starke Kombination. Puh. Hm, da geht es ab hier. Ja, meine lieben Freunde, ihr seht es schon an, wir sind voll konzentriert. Perfekter Superman Punch. Ja. Mein Gott. Dein Oberschenkel ist schon echt gut zusammengerubbelt. Oh, so. Ich stehe hier. Ich weiß, wer sich jetzt in die bessere Position bringt. Schön, wieder ein toller Kick. Toller Treffer mit dem Punch. Starker Kick zum Knie. Das gibt's doch gar nicht. Ja, und wieder kommt sie hoch. Oh. Ich weiß, wer mich hin treten muss, weil du mal ein Bein abhebst. Oh, oh. Oh, ein klarer Wirkungstreffer. Oh. Hehehehe. Oh, schön. Oh, schön. Ich will das hier. Oh. Tolle Keks. Ja, sie kommt auch diesmal wieder hoch. Sie schenken sich nichts. Ja, ja, sie bringt eine Kombination. Mit offenen Bezier. Ich liebe es, dir die Beine wegzuziehen. Jetzt holen sie alles aus sich raus. Ah, scheiße. Jetzt weiß ich, wie das ist. Oh, meine will er mal nicht hoch. Das ist noch schlimmer. Na, komm, geh hoch. Oh, meine ist schon wieder müde, ey. Der Inside-Lag-Kick, oh, meine ist bewusstlos oder hier, weiß ich, wie ich meine. Total müde. Oh. Ja, schöne Kicks. Ah, nochmal. Ja. Der Superman-Punch bei der sieht aber nicht so heftig aus. Ja, der war gut. Ah, der war nicht gut, ne. Hehehe, für dich. Ne, ah, der auch nicht für dich. Ja, Superman. Ja, ah, kacke. Mein, du, hä? Hehehe, ich spiel' Bug oder was? Hallo, was ist da los? Äh, grad warst du woanders, dann warst du auf einmal in mir. Die ist jetzt in der Half-Garde. Ne. Jetzt ist sie in der besseren Position. Ja, sie kommt in die Vormhaut. Ja, das tut weh. Oh, was für ein Punch zum Kopf. Ihr linkes Auge steht zu. Sie richtet sich auf. Boah. Oh, das tut so weh, du. Na komm, stehen wir auf hier, das ist mir jetzt so wurschtlich. Hä? Wie machst du das? Wie stehst du auf? Das ist, ich verraff's nicht. Da steht doch immer aufstehen, dann drück ich da drauf. Ja, aber. Oh, scheiße, jetzt hab ich. Oh, 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 ich bin wieder, ich bin wieder. Ja. Deine, die, ich weiß nicht, deine hat einen komischen harten Kopf oder so. Ich mach ja auch die Kicks. Und irgendwie wirst du aber nicht davon berüstlos. Oh. Oh. Oh, was für ein Kopf. Ah, sie ist schon wieder benommen. Oh. Ah, mein ist benommen, deswegen. Oh, Alter. Ach, die Nase. Hast du gesehen, wie ich hab dich abgeprallt an der Wand und hab dich voll geschlagen? Boah. Boah, wie die aussieht. Es gab einige gute Szenen in dieser Runde. Schauen wir sie uns. Boah, da war der. Boah. Ich hoffe, ich seh, die zeigen den, wie ich an die Wand und dann dich abgeprallt bin. Das sah echt geil aus. Boah. Oder krieg ich, ich glaub, ich werd irgendwie Zeit zeigen. War ich denn jetzt schwarz oder weiß? Ich war weiß, genau. Das war es, ja. Ich bin die schwarze, die zerstörte. So die komische Nase. Baff. Mann, ich will das sehen. Ich bin voll an der Wand abgeprallt und hab dich voll gekickt. In dieser Runde haben beide mit viel Herzen... Mega geil. Boah. Puh. Und ihr seht schon, liebe Freunde, ey. Ein harter, hartnäckiger Kampf hier mit dem Strohballgewicht hier. Aber die, die Weiber gehen wollen hier auch. Boah, scheiße. Ein starker Angriff zum Kopf. Ich bin schon wieder benommen. Superman ist geil, oder? Ja, man sieht schon, auch du kriegst mal einen Superman verpasst. Und noch einen. Und noch ein Treffer. Superman-Man. Oh, mein, der ist schon wieder voll mit Ausdauer weg. Boah, ich bin voll reingerannt. Ja. Die, die springt voll davon ab. Voll geil. Boah, scheiße. Ah, gegen Superman-Punch hab ich echt grad nix zu sagen. Ja. Ah, scheiße. Ja. Boah. Boah. Ja, den Kick steckt sie nicht so leicht weg. Ich mein, der ist grad nicht mehr in der Lage zum Superman-Punch. Boah, Alter. Übel, oder? Oh, schön von unten. Komm jetzt. Ja. Nix. Ich hab ihn mal getroffen, du Sack. Ja. 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 Superman. Ja. Nein. 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 Oh, jetzt hat er einen Superman-Punch mich voll erwischt. Aber das Mädel ist wie ein Torpedo, ey. Die will nicht. Oh, der ging voll zum Kopf. Ja. Ja. Mein Superman hat getroffen. Superman-Punch. Oh. Oh. Oh, sie hat sie wieder erwischt. Unfassbar. Sauberer Handkick. Ja. Oh, die schenken sich echt nix, die beiden Mädels hier. Oh, ein starker Kick, aber leider daneben. Oh, sie ist wieder benommen. Halt mal auf, Mann. Oh, ich musste dich weg, Superman. Oh, der Kick landet am Kopf. Oh, sie ist schon wieder benommen. Superman-Punch. Oh. Oh, wir beide, ey. Die Weiber, ey, die sind fertig mit der Welt. Die brauchen erst mal Urlaub danach. Oder eine OP. Hier kaputt. Superman-Punch, ja. Oh, ich hab keine Ausdauer. Oh. Du kennst das mit ohne Ausdauer, ne? Wieder so ein harter Wirkungstreffer. Ah, geh weg. Oh, der Superman-Punch schlägt rein. Ja, gut an. Ey, hörst du jetzt mal auf? Voller Angriff. Schöner Treffer. Boah, scheiße. Ich komm nicht durch, ey. Der rechte Punch jetzt aber kein Treffer. Ja, das sieht gerade nicht so gut aus für mich. Oh, schön. Ja. Aber es bringt irgendwie nichts. Die haut alles weg, die Frau. Ah, komm schon. Ah, schöner Schlag. Gut zum Kopf gearbeitet. Kommt wieder durch mit dem Punch. Lima kommt in den Oberhand. Ja, noch 45 Sekunden. Oh, der Superman-Punch kommt nicht durch. Ja. Ja, ja, der Roundhouse-Gig erwischt sie am Kopf. Der Aufferkatz im Kopf. Tolle Aktion. Boah, 30 Sekunden, aber der Onkel hat von ihm halt mal nix mehr. Das ist total. Das war nicht lieblos, den Muskel erst mal verdammt. Unge Rausch der Frau. Hehehe. Nur noch 20 Sekunden in dieser Runde. Oh. Aber hier gibt doch keiner auf, ey. Oh, ho, ho. Ein brutaler Schlagabtausch. Boah. Oh, oh, sie hat sie wieder erwischt. Unfassbar. Oh, schade. Wo siehst du dich so ein bisschen angeschlagen, weißt du? Äh, du auch. Mittlerweile. Die Frau, die ist, die sind, ey, die sind unzerstörbar. Das sind doch keine Frauen mehr. Das sind Monster, das sind Mutanten. Guck dir das mal an, ey. Selbst Wolverine hätte Angst. Boah. Die hören gar nicht mehr auf, ey. Der Kameramann da oben, wir hat Spaß, ey. Alles klar, Mann. Jetzt, die letzte Runde, oder? Oder haben die auch fünf Runden, die Frauen? Das ist die vierte jetzt, ne? Oh, Mann. Ich glaube nicht, dass wir beide überstehen. Echt? Ja, ne, vierte Runde. Oh, starker Superman. Herrlicher Punch, da ist der Treffer. Der Cut wird schlimmer, das sieht übel aus. Superman. Boah, schön. Schön, dass sein Auge mal endlich mal zuschwillt. Was du verdient. Zugeschwilltes Auge. Ja. 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 Jetzt stirb endlich. Ja. Ja. Was für ein Superman-Bunch. Jetzt geht es zur Sache. Und hier sehen wir die gesamte Anzahl der Treffer. Mein Kopf müsste schon links zerstört sein, ey. Schöner Roundhouse-Kick. Ja. Guter Kick. Aber ein noch besserer Block. Das ist ein Superman-Punk. Na, stimmt doch gar nicht. Getroffen habe ich noch ein bisschen. Ja, immer auf die Beine. Ja, der war angetäuscht. Ich hoffe, die reden bei dir das gleiche wie bei mir. Schöner Kick. Schade. Geht weiter auf diese Verletzung. Das wäre noch geil gewesen. Das ist natürlich eine enorme Beeinträchtigung. Irgendeiner trifft gleich irgendwie einen Super-Punch, so wie der gerade. Und dann ist es vorbei. Oh, oh, oh. Das Auge ist inzwischen ziemlich zugestellt. Da könnte definitiv was gebrochen sein. Oh, ein Superman-Punch. Boah. Oh, nein, nein. Oh, was war das? Das sind richtig gute Kicks. Das war ja mehr ein Fliegen, ey. Sie fliegt wieder. Oh, der Headkick sitzt. Gut gemacht. Der linke Haken kommt da. Oh. Schöner Kick. Mann, was für eine Rechte. Oh, ein Heft. Mann, was für eine Rechte. Oh, da hat es die Glück, dass der Kick daneben geht. Ja. Kick zum Kopf. Oh, der Superman-Punch geht daneben. Guter Upper Cuts. Da ist der Kopftreffer. Oh, das war ein Wirkungstreffer. Batsch. Oh, scheiße. Scheiße. Ich bin angeschlagen, aber meine Energie ist auch nicht mehr gerade so die wildeste. Ich glaube nicht, dass man ihn noch lange durchhält. Dann hältst du einfach durch, weil du die härteren Schläge macht hast. Boah. Ich glaube, das war es, oder? Nee. Alter, die gibt nicht auf, die Tisse. Die ist ein Monster. Die ist ein Berserker. Ich verstehe nicht. Und wieder kommt sie auf die Beine. Ja. Oh, schöner Kick zum Kopf. Oh. Aber ich weiß nicht, ich treffe ja auch, aber irgendwie, aber irgendwie sagen meine Schläge oder dritte nicht mehr so viel nach. Auch wenn du so rumzappelst. Oh. So. Oh, eine gewaltige Rechte. Ja. Aber die. Die gute alte Frau, die du da hast, die ist Wahnsinn. Guter Kick, da ist der Treffer. Sehr gute Keks. Schöner Kick, aber da ist der Blut. Ja. Ja, das war eine gewaltige Rechte. Boah. Ja. Wahnsinn, starke Rechte. Ah, Kacke. Ja. Aber ich kann nicht. Liebe Freunde, ich kann nicht. Ich hab dran Energie. Ich kann mich mal zwar fühlen wie Superman, aber... Aber das bringt mir alles nichts. Ohne Ausdauer. Und da kommt der Onkel wieder mit seinem übelsten Angriff an. Mal sehen, wer von ihnen sich jetzt in die bessere Position bringt. Ah, komm schon. Und da ist der Double Underhook. Noch 10 Sekunden und die vierte Runde ist beendet. Oh, da ist der Over Underhook. Oh, das Ende wieder. Okay, Runde 4 ist zu Ende. Puh. Boah, die Mädels, ey. Das ist eine Ausdauer. Ein Können, ne? Boah. Ich hab aber wirklich übelste Schläge abbekommen, ey. Krasser Part. Wir haben 40 Minuten, liebe Freunde, ey. Die Frauen, die sind Krönung, ey. Die sind echt die Krönung, ey. Guck dir immer das Blut, ey. Boah, das Gesicht. Boah. Boah, da haben wir uns gegenseitig geflasht, ey. Und trotzdem fall ich um. Ich bin eine Black Panda. Panda Girl. Oder sie Damage Girl oder so. Ich weiß es nicht. So, die fünfte und letzte Runde. Jetzt entweder entscheidet sich das. Okay, die letzte Runde. Da kommt der Leck Kick. Boah. Starke Rechte. Ah. Kommt wieder Onkel sein. Sein gefährlicher Move hier. Ja. Es sieht aber gut wieder zusammengenäht aus. Oh, der Treffer zeigt Wirkung. Ja. Oh, scheiße. Ich wollte so reinstürmen. Oh, schöner Kick zum Kopf. Oh, ja. Tolle Kicks. Och. Jetzt halt meine Fresse extra hin. Ja. Ja, hab ich. Oh, heftige Rechte. Boah. Ich bin wieder in den Superman Kick reingerannt. Oh, da war viel Wucht hinter dem Kick, aber er war ungenau. Hey, die, ich glaube, ich weiß nicht. Die merkt meine Tritte nicht mehr. Die gute Frau. Ach, komm schon. Diese Prellung am Oberkörper sieht gar nicht gut aus. Er macht nix. Das ist echt kacke. Hallo. Sie zeigt hier tolle Punches. Sie zieht den Haken zum Kopf. Jetzt trennen sie sich voneinander. Oh, scheiße. Gutes Timing. Ja. Oh, der Roundhouse-Kick schlägt ein. Starker Kick zum Kopf. Sie ist angeschlagen. Ich weiß es nicht. Ich krieg den Onkel nicht down, liebe Freunde. Das ist die Superwoman, ey. Der steckt in ihr oder so. Ich weiß es nicht. Ihr seht ja, die fällt nicht um. Ich kann hier drauf fahren, was ich will. Alles perfekt, was ich mache. Aber irgendwie. Ja, sagt der immer. Ein perfekter hier. Ja. Endlich mal wieder was Vernünftiges hier. Gibt ja wieder einen Punkt, wenn ich die von der Beine hole. Oh, ein heftiger Superman-Punch. Ja. Nein, der Roundhouse-Kick kommt nicht an. Oh, scheiße. Starker Frontkick zum Kopf. Oh, nein, nein. Was ist das? Oh, sie ist am Boden. Jetzt ist er umgehalten. Schöne Gerade. Oh, ein klarer Wirkungsdrucker. Oh, das sind wirklich gute Handlungen. Ja. Ja. Die ist benommen, liebe Freunde. Das muss ich ausnutzen. Oh, ich bin auch benommen. Ja. Oh, perfekter Kick zum Kopf. Ja. 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 Ja, das sind starke Ellbogenstöße. Ja. Tolle Ellbogenschläge hier. Satzer Ellbogen. Ah, und noch so ein schöner Ellbogen. Ihr arbeitet gut mit den Knien. Ich muss auf deinen Kopf hauen. Ich muss auf deinen Kopf hauen. Das geht mir um den Sack. Schöner Ellbogen. Tolle Ellbogenschläge jetzt. Ja, noch ein schöner Ellbogen. Und immer auf den Rübel. Ja. Das ist für Spektrumäge. Hatten. Ja. Maxi. Noch 90 Sekunden. Dann ist der Kampf vorbei. Boah. Ja. Oh nein, ich komm nicht. Was ist jetzt? Hallo? Was ist denn gewesen? Was ist denn jetzt? Bin ich beim Dich anfassen hingefallen? Sie stillt wieder. Oh, scheiße. Meine Fresse. Ist die auch wieder wieder? Die ist echt heftig. Wir sind mit der ersten Minute in der vierten Runde. Echt eine Wüsteschlägerei. Oh, heftiger Superman-Punch. Ja. Oh, schöner Roundhouse-Kick zum Kopf. Treffer mit dem Jab. Ja, gelungener Headkick. Da kam der Superman-Punch. Boah, die Weiber, die sind imber, ey. Oh. Oh. Sieht aus, als hätte sie da eine Prellung am rechten Oberschenkel. Ja, das will ich noch mitnehmen. Und wieder kämpft sie sich auf die Beine. Oh ja, guter Treffer jetzt. Da ist der Kick zum Kopf. Höne Aktionen auf beiden Seiten. Boah. Oh, da hängt sie ein bisschen. Sieht aus, als wäre ihr Bein verletzt. Boah, das ist völlig lang. Ein knallbarter Kopftreffer. Lange hätten die nicht mehr durchgehalten. Ah, Ende. Boah. Punkte. Scheiße, Leute, wir haben bis zum Ende gekriegt. Die, die wären nicht umgefallen. Boah, was kommt jetzt? Ach, jetzt zeigen die die besten Szenen, oder? Mal gucken, ob von mir auch mal eine Szene gezeigt wird, oder nur bei dir. Runde zwei. Bis jetzt nur deine Moves. Mein Gott. Wahrscheinlich ist der da gewonnen, äh, der hat die Runde gewonnen, dann zeigen sie. Runde drei. Ne, keine Ahnung, das wäre natürlich böse, aber dann hätte ich... Baff. Boah. Die sind gar nicht genau, was dran aneinander, wie ich dich hier gesagt habe. Voll, voll dicht. Das war ja mein Kick. Ich bin ja die schwarze. Ja, ich bin schwarz. Ne, ja, du fällst ja schon die nächste Runde an. Krass zur Sache. Baff. Boah. Boah. Ich freue mich. Boah, nochmal hinterher. Und jetzt, ist das gewonnen? Ja. 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 Nicht schlecht. Sauber. Ja, liebe Freunde, sieben vor zwei Minuten. Ich glaube, dieser Part ist, äh, mega. Boah. Okay. Sind schon Ende? Oh, da. Ja. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Warum jubeln denn, meine Mann? Ja, siehste mal. Mehrheitsentscheidung. Hast du schon dich gefreut, dass du gewonnen hast? Ich hab mehr Treffer gemacht. Ist einfach so. Aber, äh, geiler Kampf. Ich geil. Ja, ich freue mich. Das geht ja auch bald weiter. Und wie auch immer, wo ihr das sehen werdet, Livestream oder sonst wo, wird auf jeden Fall geil. Onkel beendet am besten den Part schnell. Sieben, vierze Minuten. Das ist echt schon mega. Du musst beenden. Ach, ich bin. Ja, dann passt's. Ja, willst du noch was sagen? Naja, ich hab gewonnen. War ein geiler Kampf. War mega geil. Echt mega. Ja gut, liebe Freunde. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.